Mein Herz schlägt für beide Vereine. In Hamburg bin ich als Mensch erwachsen geworden und auch Profi und habe ja viele Jahre hier gespielt, habe aber in Freiburg auch eine mindestens genauso schöne Zeit gehabt, die aber ganz anders war. 50 plus 1 für den HSV, weil ich hier auch in Hamburg wohne und viel Zeit verbringe. Meine Kinder geboren sind und habe viel Kontakt zum HSV. Die Freiburger mögen es mir nachsehen, aber wahrscheinlich würde ich mich auch ein bisschen freuen, wenn die Freiburger gewinnen. Also es ist echt schwer.